Ja, hallo. Ja, ich gehe gerne zum Markt in Waiblingen, weil ich wohne hier und gehe samstags frühs super gerne über den Markt, um mir mein Frühstück und auch die Sachen für den Rest der Woche zu besorgen. Und ja, das ist eine geschätzte Tradition geworden. Wie ist das Angebot auf dem Waiblinger Wochenmarkt? Wie sind Sie jetzt wieder mit dem Angebot? Ist es vielfältig? Ja, das Angebot ist sehr vielfältig. Wir haben verschiedene Gemüseanbieter, wir haben Wurstanbieter, wir haben Käseanbieter, also alles, was man braucht. Und den Rest, sprich die Bäcker und so weiter, die sind dazwischen und das nimmt man mit.